Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video von Call of Duty Black Ops. Wir spielen einem Lauf. Das ist ein besonderer Spielmodus von den Wettspielen. Man hat nur eine Kugel und drei Leben und jeder Schuss ist ein One-Hit. So, das war's auch schon, kurz von der Erklärung her. Ich möchte eigentlich nur kurz was sagen, um zwei Sachen genau zu sein. Und zwar einmal wegen dem Let's Play Together mit Affekoma. Ja, ich hab ihn gefragt und er weiß es noch nicht genau. Also das Problem bei ihm ist, er weiß noch nicht, wie sein Stundenplan im nächsten Jahr wird. Weil, naja gut, klar, wenn er jetzt jeden Tag irgendwie acht oder neun Stunden hat, wird das natürlich ein bisschen schwer mit dem Aufnehmen. Deswegen, also er hat gesagt, grundsätzlich ja, aber er weiß halt noch nicht, wie sein Stundenplan wird und allem drum und dran. Also müssen wir warten. Dann noch die Sache, ihr fragt mich jetzt immer öfter von wegen, ob ich nicht vielleicht 15 Minuten Parts machen könnte. Hab ich probiert. Aber das Problem ist, meine Parts sind jetzt so schon so um die 300 MB groß. Wenn ich sie jetzt in 15 Minuten lang mache, sind sie schon 400 MB groß. Und dann brauche ich für einen Part zum Rennen eine halbe Stunde. Das ist kein Ding, das ist mir auch egal. Nur zum Hochladen brauche ich dann circa 60 bis 70 Minuten. Und darauf hab ich, um ehrlich zu sein, keine Lust. Weil ich hab bisher, also ich hab zwar eine 16.000er Leitung, was ja relativ viel ist, aber bei mir kommen erstens nur 10.000 davon an. Und es dauert mir immer zu lange, 60 Minuten dafür hochzuladen. 60 Minuten das hochzuladen. Im Moment bin ich so bei 40 bis 50 und 70 ist mir echt zu viel und da hab ich echt keine Lust drauf. Also tut mir leid, aber ihr müsst erst mal mit 10 Minuten Parts leben, bis ich vielleicht besseres Internet bekomme. Das war's auch schon. Meine KD ist 8 zu 0. Und ja, das war's dann. Haut rein.